Wie findest du den richtigen Partner? Ich gebe dir in diesem Video sieben Kennzeichen, an denen du festmachen kannst, dass er oder sie, der oder die Richtige ist. Sieben Kennzeichen, dass er oder sie das Richtige ist. Erstens, du kannst emotional bei dieser Person ankommen. Also du merkst irgendwie, du fühlst dich beheimatet, dein Stress geht runter, du merkst irgendwie, du bist wie zu Hause bei der Person. Erstes Kennzeichen. Zweites Kennzeichen, ihr habt gemeinsame Interessen. Oft wird so gesagt, vive la de France, die Unterschiede sind wichtig. Die Unterschiede sind auch wichtig, aber wenn du ein ganzes Leben vielleicht mal miteinander verbringst, ist es wichtig, dass ihr genug gemeinsame Interessen habt. Drittens, eine gemeinsame Lebensvision. Was möchte er, was möchte sie wirklich vom Leben? Was ist wirklich wichtig? Wo wollen wir hin? Das ist elementar wichtig, wenn ihr es langfristig miteinander aushalten wollt. Viertens, habt ihr eine ähnliche Vorstellung von Familie und von Rollenverteilungen. Das ist vielleicht, wenn du ein junges Paar bist, noch weit weg. Aber spätestens, wenn ihr Kinder bekommt, ist es relativ wichtig, dass ihr wisst, was wollen wir? Wollen wir überhaupt Kinder? Also es sollte vorher schon wichtig sein, ja. Wie viele davon wollen wir und wer geht arbeiten? Oder wie teilen wir uns das auf? Und wie ist da unser Verständnis? Fünftens, dass es langfristig wirklich gut mit euch läuft, ist, glaube ich, wichtig, sich über das zu verständigen. Fünftens, erotische Anziehung. Ich bringe das erst an fünfter Stelle, weil oft ist ja eine Partnerschaft am Anfang stark von der erotischen Anziehung auch dominiert. Ist nicht das Wichtigste in einer langfristigen Beziehung, in einer Ehe zum Beispiel, aber es ist auch wichtig. Es ist wichtig, dass ihr tatsächlich Lust aufeinander habt. Sechstens, schau dir seine oder ihre Familie an. Du heiratest immer auch die Eltern mit und ein bisschen auch die Geschwister mit. Also Kennzeichen, dass er oder sie der oder die Richtige ist, ist auch, dass du sagst, okay, grundsätzlich mit der Familie kann ich und da ist eine gute Substanz von der Familie her schon da. Sebtens, gemeinsam mal gleicher Humor. Am Humor erkennt man relativ viel über eine Persönlichkeit und dass du es langfristig mit einem Menschen aushältst, glaube ich, ist Humor wichtig. Jetzt nach diesen sieben ersten Kennzeichen gebe ich dir sieben Facts, warum es überhaupt wichtig ist, dir Gedanken darüber zu machen, ob er oder sie der Richtige ist. Das Erste ist, als Indikator für langfristiges Lebensglück ist gesunde Beziehung eines der allerwichtigsten Dinge. Also man könnte fast sagen, wenn du ein glückliches Leben führen willst, ist es sehr entscheidend wichtig, mit wem an der Seite du dieses Leben verbringst. Und grundsätzlich, wenn du einen Menschen hast, mit dem du dich wirklich gut verstehst, wenn du diesen Menschen heiratest, wenn du mit diesem Mensch Kinder bekommst, wenn du einen festen oder ihr beide einen festen Job habt, wenn ihr Eigentum erwirbt und ich würde noch sagen, und wenn du einen Sinn im Leben findest, ich würde sagen, wenn du Gott findest, dann hast du einen sehr guten Lebensentwurf. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du bis ins Alter hinein glücklich bist oder zumindest den Widrigkeiten des Lebens einigermaßen gut gewappnet bist. Zweites Fact, es wird bei keinem Menschen hundertprozentig passen. Manchmal haben wir irgendeine Angst, einen kleinen Tod zu sterben, weil du denkst, wenn ich mich für die eine Person entscheide, dann entscheide ich mich gegen alle anderen. So ein bisschen Fear of Missing Out. Und das stimmt einerseits, aber andererseits wirst du einen perfekten Partner nie finden. Also ich würde dich ermutigen, trau dich, eine Entscheidung zu treffen, trau dich, dich auf einen Partner einzulassen, denn das meiste, drittens, das meiste im Leben passiert nicht von allein. Das heißt, du darfst, ich komme nachher zu den Tipps nochmal ausführlicher, du darfst aktiv auf die Suche nach einem Partner gehen. Geh nicht davon aus, dass eines Tages der Prinz oder die Prinzessin vorbeireitet, sondern ergreif auch selber die Initiative. Viertens, das ist ein bisschen unangenehmer Fact, aber wenn du jemanden kennenlernst und dich mit ihm oder ihr einlässt, geh nicht davon aus, dass er oder sie sich zum Positiven verändern wird. Geh eher davon aus, dass es so bleibt oder eher ein bisschen schlechter wird. Also jemanden als Partner zu nehmen oder jemanden sogar zu heiraten, in der Hoffnung, dass er sich dann verändert, ist einfach ein sehr schlechter Ratgeber. Es ist keine gute Idee. Fünftens, die großen Probleme, die eine Partnerschaft später sprengen oder eine Ehe zur Scheidung führen, sind meistens in den ersten Monaten der Beziehung schon sichtbar. Und oft sehen Leute um dich herum diese Sachen deutlicher als du selber. Also wenn du in einer Partnerschaft bist und du willst herausfinden, taugt dir wirklich was? Frag gute Leute um dich herum, die dir wirklich die Wahrheit sagen und sag ihnen, hey, wie nehmt ihr uns als Paar wahr? Oft hat man selber einen blinden Fleck, aber die meisten gravierenden Probleme sind von außen sichtbar und zeigen sich oft schon in den ersten Monaten der Beziehung. Sechster Fact, Verliebtheit ist leider ein schlechter Indikator. Also verliebt sein ist wunderbar, das ist ein bisschen wie der Klebstoff, der einen erstmal so zusammenbringt. Aber in der Regel lassen Verliebtheitsgefühle irgendwann nach, die können immer schon wieder auflackern. Aber du kannst bei der Frage, ist er wirklich ein langfristig guter Partner, kannst du nicht alleine auf die Verliebtheitsgefühle hören. Du musst tatsächlich auch dein Hirn anschalten und andere Leute fragen. Alle Paare, die sich absolut das Leben zur Hölle machen irgendwann und sich irgendwann nur noch hassen, haben begonnen knallverliebt. Also das Knallverliebtsein ist einfach noch kein guter Indikator, dass er oder sie die richtige Person ist. Und der siebte Fact ist, keine Beziehung zu haben, also als Single zu leben, ist bedeutend emotional leichter und besser, als in einer Beziehung zu sein, die das Leben zur Hölle macht. Also sei nicht in so einer Torschusspanne, ich brauche einen Menschen, sonst werde ich unglücklich. Nein, wirst du nicht unbedingt. Hab lieber den Mut, eine Beziehung zu beenden, wenn du merkst, dass sie nicht gut ist, als einfach was durchzuziehen, was dich langfristig unglücklich macht. Der Punkt, wo du wirklich bereit sein sollst, Ja und für immer zu sagen, das ist nach meinem Verständnis die Ehe. Und da solltest du dir sehr genau vorher überlegen, ob du das wirklich willst und dann solltest du es aber auch durchziehen. Jetzt sieben Tipps, was du tun kannst, um einen Partner zu finden. Erster Tipp ist ziemlich banal, aber heutzutage muss man das dazu sagen, geh dahin, wo andere Menschen sind. Warte nicht einfach ab, dass von alleine jemand kommt und überlege, wo sind Leute in deinem Alter, wo sind vielleicht auch Leute, die mit deinen Werten übereinstimmen oder die ähnliche Interesse haben und geh da aktiv hin. Aber auch, zweitens, baue dein inneres Leben. Es ist leicht die Gefahr, dass du dir letztendlich erhoffst, dass durch ein Partner all deine Probleme weggehen oder wir leben so nach außen fixiert. Wenn mal der Partner kommt oder wenn ich endlich jemanden habe, dann wird alles gut. Geh mal davon aus, dass das vielleicht irgendwann der Fall ist, aber baue bis dahin dein eigenes inneres Leben. Das hat auch drittens damit zu tun, baue ein Gebetsleben. Baue eine Beziehung mit Gott. Du darfst natürlich auch beten, dass du einen richtigen Partner findest. Daran ist überhaupt nichts falsch. Du kannst für diese Person jetzt schon beten, aber baue ein inneres Leben und baue eine Beziehung zu Gott, weil letztendlich ein Mensch kann deine tiefsten Grundsehnsüchte nie erfüllen. Nie, nie. Eine Partnerschaft ist auch nicht dafür da, dass jemand anderer all deine Bedürfnisse stillt und das geht nicht. Da überforderst du deinen Partner total. Finde tiefe Verankerung in deiner Beziehung zu Gott und lass dich von der durchdringen. Jesus sagt an einer Stelle, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Und wenn du Durst nach Liebe und nach Sinn hast, diesen Durst kannst du wirklich bei Jesus gestillt bekommen und aus diesem Gestillten heraus kannst du dann auch Menschen lieben, zum Beispiel deinen Partner, aber du stehst dann auf einem anderen Fundament. Fünftens, wenn du jemanden kennenlernen willst, zeig Interesse an der Person, ohne pushy zu sein. Da kann man von zwei Seiten vom Pferd fallen, manchmal ist man zu schüchtern, also man signalisiert dem Gegenüber gar nicht, du, ich hätte eigentlich Interesse und die andere Gefahr ist dann, pushy zu sein, also praktisch zu sehr. Es geht um diese Balance, jemanden zu signalisieren, wirklich, doch, ich könnte mir vorstellen, mit dir befreundet zu sein oder dass wir immer was zusammen machen, aber ohne, dass du, das ist irgendwie übergriffig und penetrant rüberkommt. Nächster Tipp, hör auf den Rat anderer. Generell auch die Frage, siehst du vielleicht jemanden in der Umgebung, der zu mir passen würde oder mal ehrlich, glaubst du, wir zwei würden zusammenpassen? Oft sehen Leute in deiner Umgebung etwas, was du selber nicht siehst. Nächster Tipp, nimm dir eine Probephase und triff dann eine klare Entscheidung. Also, ich sag mal so, wenn du ein Jahr lang zusammen bist und echt gravierende Probleme siehst, diese Probleme werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht weggehen, dann sei vielleicht einfach klar genug und trenne dich, auch wenn es weh tut, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Aber auch wenn du merkst, eigentlich passt das meiste, ich habe nur noch vielleicht ein bisschen diffuse Ängste, dann committe dich, dann entscheide dich für einen Menschen und nimm dir eine Probezeit und triff dann aber auch eine Entscheidung. Und siebter und letzter Punkt, ich empfehle dir, in dieser Probezeit mit Intimität zu warten. Also, das ist meine Überzeugung, je mehr du dich körperlich sozusagen einem Menschen öffnest, je weiter du praktisch erotisch und sexuell gehst, desto mehr öffnest du dich auch vom Innen her. Und ich glaube, deswegen ist es weise, wenn wir uns praktisch körperlich ganz schenken, wenn wir bereit sind, uns auch ganz zu committen, also tatsächlich für einen Menschen komplett für immer zu committen. Und es gibt auch einen, wie soll ich sagen, einen Drive von sexueller Intimität, die die Entscheidung vernebeln kann. Also, wenn man also mega verliebt ist und körperlich total aufeinander steht und körperlich total eng ist, kann es sich so anfühlen, als wäre man auf Herzensebene enger, als man wirklich schon ist. Deswegen, um eine klare Entscheidung zu treffen, ist es eigentlich ganz gut, mit manchen Intimitäten noch zu warten. Ist dir aufgefallen, dass es auf diesem Kanal keine Werbeunterbrechungen gibt? Das ist tatsächlich die einzige, denn dieser Kanal trägt sich zu 100% durch Spenden. Wenn du herausfinden willst, wie du unsere Arbeit unterstützen kannst, unten in der Videobeschreibung. Außerdem kannst du auch Kanalmitglied werden, dann hast du Zugang zu über 60 Stunden zusätzlichem Material und unterstützt uns dadurch auch. Hier findest du Infos dazu. Jetzt viel Freude, weiter mit diesem Video. Ich habe jetzt jeweils noch sieben Tipps, die eher Richtung Mann und Richtung Frau gehen. Ich möchte es nicht zu ausschließlich sagen, weil manche Männer sind so, manche sind so. Das kann man heute nicht mehr so Stereotyp sagen. Also es heißt als Tendenz. Wenn du eine Frau bist, darfst du dich auch bei den Tipps für Männern und andersrum auch angesprochen fühlen. Aber das würde ich mal so von der statistischen, tendenziellen Verteilung her Richtung Mann sagen. Erstmal, ich glaube, was bei Frauen als Sexappeal ankommt, ist die Kompetenz eines Mannes. Also du kannst dich auch super trimmen und super schön anziehen, das passt auch. Aber letztendlich wird sie unbewusst oder bewusst die Frage stellen, hey, hat der Typ sein Leben im Griff? Schallt er Kompetenz aus oder ist er nur ein Großmaul? Also hat er wirklich was zu geben? Ja, und das ist eine Frage, die du dir selber stellen musst. Habe ich Kompetenz im Leben? Habe ich mein Leben irgendwie in der Ordnung oder einigermaßen in der Hand? Das Zweite, was ich dir als Mann sagen würde, entwickle deinen eigenen Style. Also, es ist kein Ausschlusskriterium zum Ersten. Du musst dich nicht wie in Haaren herausputzen, aber wenn du jemanden kennenlernen willst, dann solltest du auch auf dein Äußeres achten, dann solltest du deinen eigenen Stil entwickeln und darfst du dir gerne auch Rückmeldungen von anderen hören, aber es sollte dir nicht völlig egal sein, wie du aussiehst. Drittens, entdecke deine Männlichkeit. Das ist ein bisschen schwammig, das heißt für jeden auch ein bisschen was anderes. Ich lasse den Satz einfach mal so da. Wenn du attraktiv sein willst auf eine Frau, dann wirken willst auf eine Frau, dann stell dir auch nach innen die Frage, wie versöhnt bin ich eigentlich mit meiner Männlichkeit? Bin ich in meiner männlichen Kraft sozusagen? Kann ich mit dem was anfangen? Wäre ein eigenes Thema nochmal, aber ist eine gute Frage, die man sich mal stellen kann. Viertens, habt keine Angst vor Frauen. Es gibt gar nicht wenige Männer, die eigentlich Angst vor Frauen haben, Angst vor Ablehnung. Das ist total verständlich, weil, hey, eine Frau zu fragen, möchtest du mit mir ausgehen? Sie sagt, nein, das tut ganz schön weh, aber versucht das zu überwinden, weil manche Menschen generell, das trifft auch Frauen wie Männer zu, wirken kühl oder abweisend, obwohl sie es gar nicht sind, sondern sind vielleicht einfach unsicher. Und wenn du Angst vor Frauen hast, dann bist du nicht nahbar, dann kommst du auch nicht in Kontakt. Sei präsent, aber nicht pushy, also wenn du Interesse an einer Frau hast, dann signalisier das und mach nicht nur einmal einen Hinweis und lauf dann davon, wenn sie nicht sofort Juhu schreit, sondern bleib einfach präsent, aber werde nicht irgendwie penetrant. Das ist wie diese schmale Balance, die ich vorher schon genannt habe. Bleib beständig. Und der letzte Tipp, achte die Welt der Frauen. Es gibt so gewisse Themen oder gewisse Styles, die tendenziell eher Frauen interessieren und ansprechen. Und ich rate dir als Mann, lerne das kennen, beschäftige dich mit dem und achte das. So, sieben Tipps, die ich jetzt eher so in Richtung meiner Tochter geben würde oder an eine Frau. Auch das erste wieder, entdecke deine Weiblichkeit. Ich würde nicht so genau definieren, was das heißt, aber finde es für dich raus. Was heißt es für dich weiblich zu sein? Wann fühlst du dich weiblich? Und wie versöhnt bist du mit dem? Entdecke das. Zweitens, bettle nicht um Beachtung. Ich glaube, es nimmt jedem Menschen was, trifft auf Männer genauso zu, es trifft auf jeden, also es nimmt einem Menschen was, wenn er praktisch um Applaus bettelt. Es hat wieder mit dem zu tun, in dir selber zu ruhen, ein inneres Leben zu bauen, das auch ausstrahlt. Drittens, interessiere dich für seine Interessen. Auch hier trifft wieder auf beide zu. Männer sind oft sehr, sehr, sehr eingenommen von ihren Projekten und ihrem Job. Das ist Fluch und Segen zugleich. Zeig, dass es dich auch interessiert und frag einfach nach, weil das ist oft das, wo Männer leichter darüber reden können, bevor sie dann anfangen, über ihre Gefühle zu reden. Sehr Stereotyp, aber leider ist es oft so. Viertens, wirf dich nicht weg. Verkauf dich nicht unter Wert. Tu nicht einfach irgendwas, was deinen Werten überhaupt nicht entspricht, was du eigentlich gar nicht möchtest, nur um irgendeinem Typen zu gefallen. Damit nimmst du dir selber was und das hast du überhaupt nicht nötig. Fünftens, wenn du einen Typen kennenlernst, stell dir die Frage, respektierst du ihn wirklich für das, was er tut und wer er ist oder fasziniert er dich nur? Es gibt so eine Faszination, wo man denkt, okay, irgendwie ein toller Typ, aber eigentlich, wer jemand wirklich ist, erkennst du an seinem Leben. Trifft auf alle Menschen zu, an den Früchten erkennt man den Baum. Und wenn du dich auf eine Partnerschaft mit jemandem einlässt, lass dich nicht nur vom äußeren Glanz, oh, die ist super hübsch oder der ist ein cooler Typ, faszinieren, sondern frag, entspricht sein Leben tatsächlich seinen Worten oder ihren Worten und trägt es gute Früchte? Sechstens, hat er toxisch-narzisstische Muster? Leider sind da Männer viel öfter betroffen als Frauen. Narzissmus ist ein übermäßiges, ein übermäßiges Beschäftigtsein mit sich selbst und eine Unfähigkeit eigentlich, den anderen wirklich zu hören und wirklich selbstkritisch zu sein. Das ist leider ein riesiges Problem in vielen Partnerschaften und versuch ihn nicht zu retten. Es gibt viele Paare, wo einer den anderen versucht zu retten und ich habe das Gefühl, es sind öfter die Frauen, die versuchen die Männer zu retten. und wenn er wirklich ein toxisch-narzisstisches, du kannst den Begriff googeln, findet man leicht raus, ein narzisstisches Muster hast, dann kann ich dir leider nur abraten davon, dich auf eine Partnerschaft mit diesem Menschen einzulassen, muss ich leider sagen. Und siebter, letzter Tipp, höre auf andere Frauen, denn ich bin keine Frau. Also Zusammenfassung, wenn du einen Partner finden willst, triffst genauso wie auf Freundschaften zu, mach das aktiv. Es ist nichts Schambehaftetes drin, aktiv nach einem Partner zu suchen, sei innerlich aber gleichzeitig auch bereit, als Single zu leben, denn das Leben besteht nicht in erster Linie in der Partnerschaft, ist nicht das Wichtigste in der Welt, noch bedeutend wichtiger ist, dass du den Sinn deines Lebens findest, dass du eine Beziehung mit Gott lebst und dass du ein aufrechtes und gutes Leben führst und dann kannst du auch mit Freunden, mit Freundschaften, mit Gemeinschaften, in der du lebst, mit Beruf, mit dem Positiven, was du in die Welt bringst, ein sehr, sehr, sehr glückliches und erfülltes Leben führen. Wie gesagt, wenn du auf der Suche nach einem Partner bist, sind hier ein paar Tipps und ich habe vielleicht ein paar ein bisschen stereotype Sachen rausgehauen. Du kannst in den Kommentaren schreiben, wo du das anders siehst oder was du noch ergänzen würdest. Danke.